Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite mit unserer schönen Elizabeth hier. Was? Bank of Profit. Jawoll. Geiler Shit. Oh geil, Salze. Oh, neues Salze. So, was ist das jetzt? Return to Sender. Hm. Okay. Magischer Schild. Der ist bei uns auf der Acht. Ganz viele Verkaufsautomaten, wir haben aber kaum Geld. Daher wird das nichts. Okay, da oben haben wir einen Scharfschützer schon. Mal. Alter. Puh. So. So. So, nachladen. Fuck, der lebt immer noch. Ah, Mann. So. Da, kommen wir. Dann komm doch her. So. Irgendwie muss ich jetzt auch wieder runter. Oh, das ist Elizabeth. Ich wollte gerade schießen. Komm ich da dran? Jawohl. So, ich nehm mein MG wieder und dann rennen wir mal weiter hier durch die Mappe. Durch die Mappe. Sehr passend. Die haben irgendwie echt alles ausgeräumt, die Vox Populi, unglaublich. Ich lebe mir mal mit dem Schloss. Sieht einfach aus. Geschafft. Was musst du hier? Arschreie. Mann. Warum ruckelt der denn ab und zu mal? Ich verstehe das nicht. Kommt das nur durchs Hochladen oder was? Weil ich im Hintergrund jetzt was gerade hochlade. Ich würde jetzt gerne mal Zwischenspeicher, ich würde gerne Aufnahmepause machen. Weil ich merke, so langsam verliere ich die Konzentration. wo schon. Ach nöö. Ach nöö. Also. Ach nöö. danke jetzt kommt die von da auch noch ich glaube ich gehe auch mal da hoch jawohl wo Salze? Sie hatte Salze. Gut, gut. Muni wird knapp. Neu-York in Flamme. Irgendwas ist damit. Präzisionsgewehr? Brauche ich nicht. So. Hm, 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 hm. Kommt er jetzt bitte irgendwann mal Gebiet verlassen? Das wäre... ...dufte. Oh, fuck. Da sind Schilde. Das sieht nach definitiv einem weiteren... ...Kampf aus. Gut, den mache ich noch, aber... ...dann mache ich mal hier und so, ne? Irgendwie muss ich ja auch mal... ...ah, Entschuldigung. Mal Pause machen. So. So, ich verrüste. Danke. Hm. Ähm... So. So, jetzt haben wir auch das Maschinengewehr voll ausgerüstet. Und ich glaube, wir kämpfen gleich weiter. Weil hier so scheiß Schilde sind. Das macht mir Angst. New Morialand. Wo kommen wir denn weiter? Hier ist alles im Arsch. Alles im Eimer. Ach. Hm. Alles im Eimer. Alles kaputt. Wo ist sie denn? Da ist sie denn. Hm. Puh. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Finger haben sie gesinnt, denn heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krass? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ich finde die Krypta von Lady Comstock. Wo soll die bitte sein? Hm? Na? Hm? Hm? Weißt du's? Hm? Los. Ach. Gehen wir einfach mal hier lang. Das ist bestimmt hier. Moment. Ich trecke mal in. Ja. Ist es hier. Ah. Ah. Erschreckt mich doch nicht so. spaßt. Oh. Da geht's nicht weiter. Der Friedhof. Wo willst du hin? Ruckel. Komm. Wonach suchen wir? Da ist es. Leicht über... Nein. Die haben doch nicht... Vorher noch ausrauben. Da sind hier Leichengräber oder wo am wie? Gut. Wenn sie es so will. Die ist es. Wie geht es dir, Mutter? Angesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Natürlich. Was? Vielleicht noch deine Mutter! Uhhh... Wie? Zombies? Scheiße! Hahaha! Okay, 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 okay. Das ist definitiv nicht cool. Nicht cool, Alter! Danke! Ohhhh, halt die Fresse! Scheiße! Hahaha! Halt! Acht! Schnell! Alter! Das ist krank! Das ist dick krank! Das ist dick krank! Das ist dick gerade! Also! Ha! Mutter! Ich bin einer! Ja, ich bin einer! Acht! Das ist ein Problem! Das ist das! Das ist der! Danke! Guck! Das ist der! Das ist das! Gesundheit! Danke! so meine ratten fliegt ich glaube ich nehme mir meine schrotflinte alter wo ist die Gatlingon stirb so was siehst du hier du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir PNs oder sowas was du gut findest, was nicht liken, abonnieren, irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst